Läuft es? Läuft mein Mikro? Ja? Super. Eins Bangso, zwei Schulle, zehn ich, drei ich, 39 Krause, vier ist Nicolaou. Ich muss kurz mal überlegen. Jola ist der Zeit, alles gut. Henning, die sechs. Dann nehme ich Lauberbach, die 20. Gürt, die neun. Fesic, 16. Ihorst, 11. Mai, die 8. Haben wir den Salat? Jetzt schon? Danilo Wiebe, 23. Multi, die 7. Ja, ich mache jetzt einfach mal Jari Otto, die 17. Penner Zauner, die 22. Ja? Ja. Wer sitzt denn neben mir? Da? Da? Hast du noch einen? Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich… Zwei sogar. Echt? Strumpf 19? Ne? Ne. Das war's, ne? Und Behrend die 30. War knapp, war knapp. Marathon. Bei den Winterspielen? Ach, beim Winterspielen? So. Okay, ich war natürlich im… Gut. Grinch. Kevin allein zuhause. Und da bin ich, ich bin tatsächlich… Brauchst du einen? Ich glaube, wenn das meine Frau sieht, dann… Bitter enttäuscht. Santa Claus gönnt ihr dich jetzt noch. 1, 2, 3. Mhm. Kevin allein in New York. Mhm. Polarexpress. Verrückte Weihnachten. Schöne Bescherung. Ja. Versprochen ist versprochen. Ja gut, dann gibt's von Mr. Bean gibt's noch so einen Weihnachtsfilm. Gut. Ja, wäre auf jeden Fall deutlich geworden. So deutlich wie eben. Ja. Tatsächlich Liebe, wäre auch noch. Nur Fußball. Nur Fußball. Ne, ich bin beschäftige mich auch. Ne, ne. Viel mit Weihnachtsfilm. Eintracht Braunschweig. Bayern München. Dortmund. Wolfsburg. HSV. Also Hamburger SV. Kaiserslautern. Stuttgart. Ich könnte jetzt natürlich sehr schnell raten. Ist bald soweit, ja. Ja gut, dann mach ich mal… Frankfurt Eintracht. Ne. Ne? Ne. Aber gut, so ist es. Wieder verloren. Du warst halt dran. Oder wie viele sind noch? Der zweite ist noch. Ja gut, dann warten wir mal ab, wie die jetzt läuft. Ja, du… Nicht, dass ich jetzt alles weiß, aber… Okay. Mario Götze. Lame. Lame. Schweinsteiger. Boateng. Klose. Hummels. Podolski. Schürrle. Kramer. 2014, das sind ja doch ein paar Jahre her. Neuer. Höwedes. Was? Herr Stegen? Ne. Ne? Ne. Ja, ich bin's nicht. Kann ich schon mal… Äh, fängst du an? Gut, soll ich anfangen? Ja. Nämlich Sascha Möllerst du jetzt erst. Ne. Was? Ich würde jetzt mal so schlau sein und mal aufzählen. Ich würde sagen, Nummer 1 Eberwein von Halle. Richtig. Dann haben wir Orhan Ademi. Ja. Dann haben wir Grimaldi. Haben wir die drei schon mal. Artic wird dabei sein. Leon wird dabei sein mit fünf, glaube ich, oder? Ja. Der, äh, Schuller oder Schuller? Genau, der hat noch ein paar Dinger geschossen. Chigerchi von Viktoria Berlin. Ja. Ich glaube, Sascha hat, ich glaube, zwei oder drei Stück. Aber bei ihm zählen die immer doppelt oder dreifach. Okay. Weil in der Außenwahrnehmung… Ja, aber das wären jetzt meine Paar, die ich so aufgezählt hätte. Muss man sagen. Also ich habe zweimal gewonnen, ohne was sagen zu müssen. Ist okay. Glückwunsch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Glückwunsch. Danke. Danke. Schöne Weihnachten. Haut rein. Von mir auch.